Wir haben uns schon gedacht, dass Fiemen eine starke Mannschaft ist, aber wir haben gekämpft, um alles zu geben und im Endeffekt zählt eigentlich auch der Sieg. Wir haben uns früher auch angehabt mit dem Eistraining, dem Trockentraining auch. Ich glaube, wir sind gut für die Meisterschaft vorbereitet und haben auch gute Vorbereitungsspiele geliefert. Wir probieren das Bestmögliche, dagegen zu tun. Wir sind verpflichtet, die Maske aufzuholen und wir probieren auch in Abstand einzuhalten, sofern es möglich ist. Aber wenn man noch auf 1 ist, ist es halt wie es ist und zusammen hat man das nicht gerade im Kopf und denkt auf den Sport. Kein Problem, gerne.